Diese guten Memes, let's go! Ich hab gar keinen kurdischen Orgel aus der Heimat. Find's trotzdem lustig. Die Maske, die man nicht trinken kann, das wusste ich nicht. Wo kommen Sie her? Ich aus meiner Mutter. Ich auch, aber die ist aus seiner. Das sind Palmsocken. Ey Leute, wirst du live, wenn ich schwach einkaufen? Nehmt einfach hier, Powerade. Ja. Und wenn ihr habt, ich halt das Handy. Digga, wieso nutzt er seine Füße? Hat er keine Arme? So, Lifehack. Leben hacken. Deswegen heißt sie auch Lifehack. Ich find das sieht richtig geil aus. Hä? Powerade. Nimm die Flasche rein. Ja. Dann trinkt ihr den Rest. Lifehack. 25 Leben dazu. Digga. Man muss sich mal vorstellen, dass wirklich die Jugend einfach mittlerweile so weit ist, dass die einfach denken, dass das einfach Fortnite ist. Digga, das gibt dir nicht 25 Leben, das gibt dir 25 weniger Lebensjahre im Endeffekt, weil das Diabetes macht. Junge, 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 das ist auf jeden Fall Minusleben ist das Digga. Wenn das ein geile Lifehack ist und wenn nicht, dann weiß ich nicht. Dann weiß es nicht. Was ist eine Straße? Eine Straße, Straße ist, wenn du weißt, was Straße ist. Straße ist, wenn du auf *** bist und du hast ein Straßengebiss. Ja, hat recht. Das ist Straße. Mädchen, wenn sie essen gehen. Alter, eins Black Panther, Digga. Dankeschön für die 5. Gifte. Zapsie. Yeah, beans. Dankeschön. Ein Black Panther, Leute. Sag mal Dankeschön. Die Typen sind einfach nur krass. Ich bekomme letztens einen Supermarktkalender geschenkt und dann hieß sie einfach diese Sucuk. Aber nicht nur auf erster Seite. Nein. Auf jede Seite. Aber immer eine andere. Geil. Weißt du, was das gerne an FIFA ist? Dank FIFA habe ich jetzt einfach eine Kontrollehaltung. Ja? Entschuldigung, Digga. Entschuldigung. Einfach eine Kontrollehaltung. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin mir 100% sicher, dass sie sich... Was ist denn los bei dem alle? Kuabina? Verdammte Scheiße. Bist du das? Dein Kollege. Ey Kollege. Benimm dich. Was? Dann danke ich deine Schwester. Abo. Was? Was? Digga, das hat mich so verwirrt. Ich glaube, ich bin einfach jetzt... Ja, ich bin gerade geil geworden. Ey, ey, ey. Jugend ist am Eilen. Jugend ist am Eilen. Ich habe ein grünes Seahorgan und eine braun gelockte Mähne. Fußbekleidung ist von Nike. Mit dem Pseudonym TN. Diese trage ich an meinem Sockel. Eine mittelvolle Kiste, wenn wir unseren Einkauf tätigen. Halbe Kiste. Digga. Hi, ich bin zu Hause. Was ist da mit dir los? Ich habe richtig schlimme Neuigkeiten. Okay, dann mach mal ganz in Ruhe. Was ist denn passiert? Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr dich dafür hinsetzt. Okay. Jemand hat unsere Stühle geklaut. Digga, das ist wirklich... Och, Mann, Alter. ... ... ... Ich mit meinem Einbrecher, wenn der mich nachts überrascht. ... Ja, hallo, hier ist Baba. Salamu alaikum. Wie geht es dir da drin? Äh... ... Noch acht Monate ungefähr. Ach, Olem, halt deine Schnauze. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich bin gerade wach geworden. Ja... ... Alles gut. Hier ist alles vorbereitet für dich. Nein, nein, nein! 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 Oh nein, Digga. Oh, Salak! Oh nein, Bro! Nein! Nein! Ey! Ich bin kein... Oh, Digga, nee! Aber nein! Salaknott! Hahaha! Und jetzt... Und jetzt... Oh, Digga. Seiten auf null, Seiten auf Zephyr. Digga, Seiten auf Zephyr. Seiten auf null geschnitten. Seiten auf Zephyr. Ähm, Nacken aber nicht so ganz, Brodo. Holz. Hume, nacken! Hume, nacken! Hume, nacken! Ah, toll, nacken! Für dein Rees up! "... Solltes auch richtig rum aufgesetzt sein. Mhm. Wichtig ist, dass das Kondom richtig sitzt, das sollte ungefähr so aussehen, und nicht so. Was ist mit dem zweiten falsch? Warum... Warum sollte es nicht so aussehen? Ja, dein Schwanz nicht grün sein sollte im besten Falle, Bro. Das geht, Bruder. Alles klar? Alles klar? Ich hab gar keine Kraft mehr, Bruder. Die Leute zahlen 70, 80 Millilie für Mercedes mit Ambientbeleuchtung, Sternenhimmel und so viel. Bruder, hier mein Kord, ich hab alle gebeten, Bruder. Guck mal da oben, Bruder. Was ist das? Eine Maus? Ist das eine Katze? Nicht Katze. Ratte? Katze oder Maus? Raus oder Haus? Wo ist er denn? Junge, was ist denn mit mir? Matze? Katze? Maus oder Ratte? Oh mein Gott, wie lange hat das? Wenn du wegen deinem Witz rauskriegst, ist die Katze klasse. Ja, 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 ja. So hab ich mich immer gefühlt. Nochmal vorne erste Reihe abchecken. Schatz, wo ist das Auto? Da hinten. Ach ja? Es ist nämlich in die Baustelle reingerollt. Weil du die Scheiß-Handbremse nicht gezogen hast. Da steht's. Kann dir auch passieren. Digga, und dann noch angepisst, wenn du das Auto zerlegst. Alles klar, Digga. Und, gefällt dir das jetzt? Das ist besser. Besser, ne? Mhm. Scheiße, Alter. Salam aleikum. Aleikum es salam. Ey, euch geht's gut, immerhin. Salam aleikum. Ja. 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 Ey Willer, sag mal, es nebsche bische. Es nebsche bische? Du bist so dumm, hä? Ich liebe Schwätze. Was war das? Was war das? So dumm, hä? Ich liebe Schwätze. Ich liebe Schwätze. Alle meine Entchen schwimmen im See. Wie eine grüne Ente. Ich liebe Schwätze. Wie eine grüne Ente. Ich liebe Schwätze. Ich liebe Schwätze. Was war das? Was? 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 Der Zug bewegt sich und das Auto steht still. Die hat mich verarscht. So ne Scheiße. Damit morgen sind wir zur Schule. Jungs. Ihr braucht kein Asyl mehr. Ich kann euch alle retten. Digger, der sammelt einfach deutsche Pass wie Pokémon Karten. Was? Ich einfach jeden Sommer. Was? Nein, Bro. Der kriegt so was von auf C4. Auf C4. Auf C4. Klar. Das ist doch nicht okay. Das ist doch... Menschenkörperverletzung. Das kann man doch mit keinem machen. Digga, das ist doch... Digga. Oh mein Gott, Alter. Ey, Bro. Also das ist aber so nicht in Ordnung, würde ich sagen. Also das würde ich so nicht fühlen. Nee, also da hätte ich keinen Bock drauf. Klar, bin ich ehrlich.